Willkommen zu einem neuen Verarbeitungsvideo zum Thema Knöpfe mit Stiel angenäht werden. Bei den Wintermäntel und Winterjacken solltet ihr darauf achten, dass je dicker das Material ist, dass die Knöpfe entsprechend auch mit einem Stiel angenäht werden. Und das zeige ich euch jetzt in dem folgenden Video. Ich habe hier das Vorderteil von dem Mantel Tilda. Das ist ein Doppelreih geknöpfter Mantel. Das seht ihr hier an. Also hier sind die Knopflöcher vorne an der Kante gezeichnet und hier ist der Gegenknopf eingezeichnet. Wichtig ist, dass ihr darauf achtet. Also wir zeichnen die Knopflöcher natürlich ein mit einer Größe, die wir jetzt verwendet haben. Wenn ihr jetzt aber, ihr seht, wenn die Knöpfe unterschiedlich groß sind und ihr näht die an, dann passt diese Größe eigentlich ganz gut bis zur vorderen Kante. Wenn ihr jetzt aber einen größeren Knopf nehmt, also der hat jetzt drei Zentimeter Durchmesser und ihr näht den dann hier an, dann sitzt der Knopf, quasi der Rand, direkt an der Kante. Und das sieht panisch schön aus. Und deswegen würde ich den Knopf dann einfach weiter nach hinten setzen. Also auch das Knopfloch entsprechend weiter weg von der Kante platzieren. Also wichtig einfach, schaut euch eure Knöpfe an, messt den Abstand aus zwischen Knopfloch und fertiger Kante und dann daraufhin solltet ihr entscheiden, dass also mindestens noch so ein halber bis dreiviertel Zentimeter Platz ist zwischen dem Ende des Knopfes und der fertigen Kante. Zu weit rein sollte es auch nicht, weil sonst steht die Kante auf und ab. Das sieht dann auch nicht gut aus. Aber wie gesagt, der Knopf sollte auf keinen Fall direkt an der Kante enden. So, wenn ihr in eure Jacke oder euren Mantel das Knopfloch eingenäht habt, oder die Knopflöcher, dann zeichnet ihr den Knopf an, indem ihr einfach die Kanten hier aufeinander legt. Achtet darauf, dass der Obertritt hier nicht zu kurz ist. Und dann steckt ihr hier eine Stecknadel rein, da wo euer Knopf sitzen soll. Steckt es durch und habt dann also hier den Einstichpunkt, da sitzt euer Knopf. So, dann nehmt ihr euch eine vierfach eingefädelte Nadel, macht einen Knoten unten rein und dann wird der Knopf hier. Ja, also der Knopf ist jetzt hier befestigt und dann kann es losgehen. So, also wenn ihr hier eure Markierung von der Nadel habt, dann stecht ihr da jetzt ein, nehmt die Nadel raus und dann müsst ihr eben darauf achten, dass ihr den Knopf hier im Abstand haltet, das was später euer Stiel werden soll. und das soll eben in etwa so viel sein, wie die Kante vorne eben dick ist. So, haltet es schön stramm. Möglichst an der gleichen Stelle immer einstechen. Und den Stiel immer schön stramm halten. So, und dann beim letzten Mal, wenn er wieder durchstecht, dann rauskommen und dann könnt ihr den Stiel umwickeln. das sehr schön steht, wie so ein Pilz und dann wird der Faden auf der linken Seite vernäht. So, einmal Knoten drauf und einmal reingezogen. So, und wenn ihr dann zuknöpft, dann hat der eben hier durch den Stiel einfach genügend Platz. So, es gibt noch eine zweite Möglichkeit, den Knopf anzunähen. Wenn ihr zum Beispiel einen weichen Wollstoff habt, wie ein Bouclet, der also sehr offen und weich und leicht gewoben ist, dann kann es gut sein, dass wenn der Knopf hier angenäht ist und da immer wieder Zug drauf kommt beim Schließen und Öffnen des Mantels, dass der Knopf ausreißt mit der Zeit. Und deswegen kann man da also einen Gegenknopf mit annähen. Ich habe jetzt hier so einen durchsichtigen Plexi-Knopf. Ihr könnt natürlich auch den Ton in Ton nehmen, farblich passend. Dann fällt er natürlich auch am wenigsten auf. Und dann geht es ganz normal. Wieder annähen. Haltet euren Abstand ein, das, was nachher der Stiel wird. Haltet es schön stramm. Näht erst einmal den Knopf, allen vier Löchern einfach einmal an. So, und bei der nächsten Runde stecht er dann quasi hier in den Knopf mit ein. Haltet euch den Knopf schön ab. Der Stiel gespannt bleibt und dass der Faden sich nicht verhellert. So, und dann, wenn ihr seid, beim letzten Mal stecht er noch einmal durch und dann wird der Stiel gewickelt. So, den Knopf stramm halten und das Garn drum wickeln. Zwischen Knopf und Mantelstoff rauskommen. Knoten drauf machen. So, und das verhindert einfach, dass der Knopf, wenn da viel Zug drauf kommt, dass der eben ausreißen kann. Der Innenknopf hält ihn fest. Also das ist eben eine Variante für die offenen, gewogenen Stoffe. Ich würde mich freuen, wenn ich mit dem Tipp euch bei eurem nächsten Winterprojekt weiterhelfen kann. Und falls ihr noch Fragen oder Bemerkungen habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Dankeschön. Tschüss. Hier와 Und dann schreibt es einfach wieder ein wollen. �